Servus und herzlich willkommen zurück von unserem Mondaußenposten hier in Space Astronomy. Mit dabei sind natürlich hier Malte und Melanie, ist klar. Hallo. Und die Sonne geht auf. Yay, endlich. Ja. Die Mobs sind weg und jetzt geht's dran, die Basis aufzubauen. Genau. Damit wir, so ein bisschen haben wir jetzt hier schon mal was zusammengestopfelt. Die Basis-Solarmodule stehen, sind verbunden mit Strom. Ja, ich lade gerade hier die Sauerstofftanks. Richtig. Und es funktioniert, momentan zieht's noch die Energie aus diesen Speichermodulen. Aber klar nicht. Die Sauerstoffsammler sammeln schon fleißig. Genau. Und ich versuche mich jetzt hier ein bisschen in Module bauen. Mal gucken. Module? Ja. Endlich kannst du's machen. Die Mobs sind viel verrückt. Und was mach ich? Ich glaube, ich suche Motoriden. Ich seh schon einen. Genau. Wo war denn der eine, den ich gesehen habe? Genau, die brauchen wir auf jeden Fall. Nee, der war hier vorne. Genau. So, jetzt muss ich mal gucken. Oh. This is a meteorite. Und ich hau ihm auf zur Fresse. Ich muss mal hier das bisschen... Oh. Boah, das erschlägt an dir fast. Boah. Ja. Was mach ich denn nur? Oh. Ähm, Abbaulevel Obsidian. Sag mal. Ja, ich wollte gerade sagen. Toll, die können wir überhaupt nicht abbauen. Doch. Ich nicht. Ich hab meinen Hammer mit dir. Ah, warte mal. Kann ich das hier... Ähm, Hammer? Nee, hab ich auch keinen Obsidian. Na toll, Mühe sind ja vorbereitet. Hier, ne? Oh. Ähm, wo ist er? Da ist er. Ich kann nix abbauen. Ganz toll. Super. Ja. Ich hab jetzt ein rohes meteoritisches Mal. Äh. Dann kannst du mal zu mich hier kommen. Ich komm, Herr Gehüpft. Und, äh, immer mal mit Schauen zwischendurch, wenn die Sauerstofftanks, ähm, dann aufgeladen sind, raus und den Leeren rein... Ja. Ich will hier nur warten, bis Malte kommt, dass der den... Ach so, jetzt muss ich das... Ah, die Sets kriegen hier Schaden, weil hell. Ich find ich gut. Äh, ach so, der ist die Schaden. Okay, dann müssen wir die halten. Irgendwas ist leider... ...vergessen... ... Mist. Was, wir haben was vergessen? Ja, vom Bauen her. Ich glaube, ich hätte noch Stein gebraucht. Ich hab Stein, jede Menge. Stein oder Cobblestone? Ah, Cobblestone. Ja, okay, wir können ja aber auch einen Ofen machen, dann... Ja. Oh ja, das können wir jetzt schon. Richtig, ja, dann gib mir mal bitte ein bisschen Stein. Ich habe jetzt zweimal rohes Eisen. Ähm, warte mal, ich muss erst mal die Werkbank aufstellen. Wo tue ich denn das Eisen rein? Irgendwo? Da hab ich jetzt noch drauf. Oh, ey. Oh. Das ist schade. Hui. Ach so, das ist der Bruchstein. Ich wollte doch den anderen. So. Machen wir erst mal ein Stack rein. Dann muss ich in mein... Ruckzuck. Dann brauch ich... Köhle. Ins Ruckzuck. Ah ja. Ruckzuck, natürlich. Hatte man dann... So. Burn. Burn. Nein, da ist noch einer. Nee. Irgendwem hatte doch auch, ähm, ähm, ähm... Ja, ich hab alles. Glück des Zimmermanns. Ja, hab ich mitgenommen. Und da kann ich auch Stücke draus machen. Das nehm ich auch mal mit. Ich tue mal mit. Oh, was ist eine andere Farbe? Gibt es verschiedene Meteoriken? Nee, die sind erst noch heiß. Verbrennen dir nicht die Finger, wenn die so hell sind. Aua! Ja. Na, dann ist Malte unser Meteorbeauftragter. Oh, wie gingen die denn schon wieder? Ja, die Meteor... Nee, 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 ähm... Hast du? Kann ich den schon abbauen, während die noch heilig sind? Ja, ja, das kannst du. Aua. Ach, ich sollte... Sollte mir mal die Spitzhacke... Ach, mit... Mit dir bedingsen. Ja, bedingsen. Ach, du machst Rampen. Hm. Ja, ich war mir ein bisschen neugierig. So. Wie viel ist denn jetzt von dem Stein? Jetzt muss ich mal gucken. Ah, das find ich jetzt den Lauf, dass ich da nichts machen kann. Giftige Steinziegel. Wieso? Ah ja, weil ich nix abbauen kann. Ach so. Na, warte mal. Versuch's mal mit der hier. Ich hab hier... Auf der hab ich auch... Ähm... ...dia drauf. Haltbarkeit. Huf. Wieso kann ich den nicht... Oh, ich hab gar keinen Wegpunkt gesetzt. Versuch's mal mit der. Oh, na, eben. Warum hab ich kein Obsidian-Level drauf und nur hier? Du hast, ähm, den Diamant nicht drauf gesetzt für die Haltbarkeit. Ja. Das war doch schon bei einem anderen, wo wir das festgestellt haben. Ich mach jetzt hier einfach mal... Echt? ...aus von Point neu. Mhm. Basis. Naja, hier werden wir keine Diamanten finden. Nee. Aber ich wollte noch irgendwas machen. Ach so. Jetzt weiß ich wieder, was ich noch machen wollte. Ah. So. Ich muss jetzt erst mal anfangen. Ähm... Kleene ist auch all. Eins, zwei, drei. Wo ist denn jetzt hier? Ach, da. Nee. Bumpa. So. Ähm... Das war deine, genau. Gibst du mir aber mal deine, damit ich hier wieder was abbauen kann, wenn ich mich verbaut hab? Irgendwas brauche ich nämlich dann. Mhm. Hast du? Ja, hab ich. Danke. Hui. Huuuii. Ähm... Was... Wollte ich? Wollte ich nach unten? Ach, das waren Fabrikblöcke, die dunklen. Ach, die haben wir jetzt gar nicht. Schor, die... Ah, da ist einer. Schau. Hm. Hm. Uh. Ah, mehr. Es sind so viele Steine. Sie haben ja explodiert. Oh, ein Monddorf. Bumpf. 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 Hab ich denn was vergessen? Nein. Ich hab doch gewusst, dass ist Glas. Wir haben gar kein Glas mit für Fenster. Oh no. Und Sand haben wir auch nicht. Wo ist der denn jetzt? Nee. Den kriegen wir hier auch nicht. Ach, da oben. Wir müssen sowieso... Einer muss ja ohnehin irgendwann mal zurück. Ich kann nicht, meine Rakete ist weg. Ah, du bist auch hier, Malte. Ja, hier ist das Dorf, wo ich bin. Und ein frisch gefallener Meteor. Und da ist, glaube ich, eine ins Haus gekracht. Inflitiert. Strahlen die Dinger nicht auch? Was für Dinge. Die Meteoriten? Nö. So realistisch ist es dann doch nicht. Also diese Meteoriten, die brauchen wir, um die einzuschmelzen. Oh, hier hinten ist noch ein Dorf. Wir kommen hier gar nicht in das Haus rein. Wieso das denn? Hast du dich angeklopft? Mach doch dein Shitpack auf. Nee, hab ich nicht mit. Aber wie gesagt... Also doch, aber... Aber das ist ja... Die Dörfer sind total uninteressant. Weil zu holen gibt's da nix. Wir haben noch nicht mal Glasscheiben, die wir jetzt raushauen könnten. Wenn wir Behutsamkeit hätten. Ja, also das brauchen wir, sonst ist es ja gar nicht dicht. Ähm... Oh, da unten ist Kupfer. Oh, ist die Hölle. Ist nicht großes Hölle. So. Heuchert Dorfbewohner. Hm? Oh. Hier ist auch ein Meteor gland. Oh. Oh. Wertebeschossen. Wunderattack. Sag mal, du Blödi. Das ist ganz so... Tu das denn not? Oh nein. Hm. Ahem. 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 Doch, die haben Glas. In den Dächern. Ja, aber wir haben keine Behutsamkeit, oder? Das ist korrekt. Hm. Hm. Wieso sind die eigentlich so hoch, die... Ich hab zuhause in meiner Truhe ein Behutsamkeitsbuch. Das hatte ich mir verzaubert. Zuhause liegt es hoch und trocken. Ja. Machen wir jetzt einen Wegpunkt. Ja, genau. Ah, scheiße, das hab ich vergessen. Ah, Mist. Naja, okay, ich bin jetzt noch nicht so weit weg. Jetzt muss ich nach Hause finden. Schwarzes. Ach, da geht's aber auch noch weiter. Oh. Dann räume ich doch mal hier die Höhle leer. In ihr? Mit Öffnung. Hm. Hm. Ich hab jetzt fünf Meteoriten-Eisen gefunden. Hm, ich hab dafür einiges an Kupfer und zehn... Kupfer hab ich ja auch gerade. Aber ich trau mich nicht. Weil Meteor-Dingens hab ich gerade erst zwei. Oh, ich hab ein Pfeil in der Köpfe. Oh. Lass mich runter. Oh, ich seh unsere Base. Ah. Base. Ah. Ach, können wir überhaupt? Wer fliegt nach Hause? Wir sind doch auf dem Mond. Tja, es... Reach the Moon. Yay. Wir brauchen... Genau, das Eisen brauchen wir halt. Ja, ich hab ja auch Eisen mitgenommen. Ach, wir müssen zehn... Ah, zehn. Ich hab jetzt... Ähm... Ich hab sieben. Okay, nee, dann fehlt's noch. Dann können wir's doch... Aber irgendwas konnten wir da doch nicht... Äh, konnten wir doch jetzt... An... Ach, hier. Building a Space Station. Wir haben die ganzen Materials ja. Und das können wir jetzt claimen. Das hab ich schon lange gemacht. Ach so. Ach so. Oh, ich hab schon wieder vergessen. Wegpumseln. Sack. Nein. Was mach ich denn? Also... Ich kann auf jeden Fall nix claimen. Also wenn, dann... Ist das was, was ich auch schon geclamed hab. Ah, da bin ich ja mal wieder das Letzte. Ja, wo du sonst aber in der Hinsicht doch immer die Erste bist eigentlich. Ja, ich hab's halt nicht mitgekriegt. Gekriegt zu... Boah, auf jeden Fall noch zu Hause. Ach so. Speichern, danke. Hm. Ja, ich brauch auch Fabrikblocke. Wenn jemand geht. Nee, ich geh jetzt noch Meteoriten sammeln. Ich auch. Hm. Weil meine Rakete ist ja weg. Deswegen kann ich nicht gehen. Ja, du kannst ja auch eine der anderen nehmen. So ist es ja nicht. Nein, das gehört sich nicht. Ein, zwei, drei, vier. Ach ja, stört sich noch ab oder so? Boing. Ein, zwei. Boing. Außerdem ist es bestimmt interessanter, wenn ihr das macht, weil ihr filmt. Naja. Ist ja nix anderes als das, was wir schon gefilmt haben im Prinzip. Auch wieder wahr. Ach, die gehen muss. Oh, okay. Hier nix mehr zu holen oder wat? Dann doch nicht Stein. Dann doch nicht Stein. Da geht man nicht in die falsche Richtung. Acht. Jetzt führen wir noch zwei. Achso, nee. Das stimmt. Meine Theoriten. Also zwei hab ich ja schon, aber wir sind ja nicht zusammen. Da hinten ist noch einer. Da ist auch noch einer. Ist denn hier nix die ganze Zeit? Nee, der ist wieder falsch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, da ist noch ein Monddorf. Bei mir geht ein Feuerwerk hier im Café. Und da los. Party, Party. Da hat bestimmt jemand geheiratet. Ah. Jetzt. Ah, echt mal. Jetzt. Ey, sag mal, warum ist denn hier nix? Hm. Oh man, sag mal die andere Richtung. Ach man, ich hätte jetzt hier gerne noch die anderen, aber das geht halt nicht. Und was kann ich daraus machen? Dungeons eigentlich selten. Ähm, relativ. Es ist auf jeden Fall immer so'n, so'n Loch in so'n Krater. Ach, so'n Loch. Hm. Hm. Hier hätte ich vielleicht eins. Ein Loch? Nö. Ein Loch im Krater, ja. Oh. Aber tatsächlich nur ein einzelnes Loch. Ohne, dass es weiter nach unten geht. Doch, zwei. Hm. Hat ja nicht jemand Eisen mitgenommen? Ja. Achso, ich bin doof. Ich hab hier 15 Blöcke und frage nach Eisen. Okay. Wie groß ist denn das Loch? Ähm, unterschiedlich. Aber nicht nur einen, oder? Kann schon sein, dass es nur eins ist. Aber es geht tief runter wahrscheinlich. Ja. Okay, das nicht. Ähm, ja, sobald ihr sowas findet, das sollten wir dann aber auf jeden Fall zusammen machen. Hallo? Wär schon so leicht, nicht da alleine reinzugehen. Es sei denn, er spielt von Anfang an alleine. Ich? Ich? Ja, das ist schon klar. Ich? Aber du weißt ja, selbst wenn dann der Endboss dich nicht töte, töten wir dich dann. Oh, noch ein Dorf. Ich? Äh, ich hab jetzt rohes Midoritenheisen. Zehn Stück. Was soll denn das? Mann. Ah, jetzt. Collect Resources. Jetzt brauchen wir Quark. Und Sin Ads. Quark? Was ist denn Quark? Quark. Quark? Ja, so das... Hä? Quark. Ui. Quark. Einer. Quark kriegt man aus. Käseerz. Und Mimichai. Ach, das war das. Ja, ja. Hä? Käseerz? Ja, das gibt's hier alles. Oh, ich glaub ich hab Käseerz gefunden. Aber wir haben keine Shit mit. Äh, ne. 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 Gibt's denn hier noch mal keine Meteore? Was sagt die Uhr? Jetzt bin ich ausgestunken. Die sagt 17 Minuten. Ich hab da nämlich auch gerade schon drauf geguckt. Och, wie. Na ja. Gibt's doch nicht hier. Jetzt mach ich hier monatelang auf dem Mond rum und find nix. Was? Jahre. Alles war die... Eee. Oh Käse. Da hinten ist endlich mal wieder einer. Yay. Oh Käse. Weil die Scheiß nicht geladen sind wahrscheinlich. Wo finde ich Käse? Ja, hier war auf jeden Fall jemand. Weil hier ist nämlich auch ein Creeper explodiert. Wo wir grad von Creepern reden. Wo der gar nicht mehr heiß ist hier. Warum hat der mich jetzt verbrannt? Hm. Aua. Ja. Möchte Käse. Ja oder wir müssen dann im Prinzip außerhalb der Aufnahme die... Hä, was ist das denn jetzt? Das ist ne Platte? Was? Latte? Eine Wandplatte. Latte Macchiato. Die ist heller. Find kein Käse. Da ist ein Andere. Oh. Emaniert aber nicht. Find ich kein Käse. Oh. Noch ein Video. Das tut mir sehr schade. Ich muss das noch mal bauen und umschüsseln. Was? Der geht uns nicht. Ähm. Laborplatte. Wo sind die jetzt die anderen? Hallo? Hallo? Ist da wer? Im Unterrand. Ich möchte doch nur Käse finden. Oh, der ist da. da ist wer. Und sie dich. So. Jetzt passt das nämlich. Farblich. So ein bisschen. Und das noch wär. Aber. Nochmal töten. Das wär nicht. Oh Mann. Was hat der für ne fette Rüstung an? Ein Millionen mal muss ich dann da hauen. Tja. Hm. Oh. Standbild. Wow. Das ist aber ein Hänger. Hui. Du Käse findest, sag mir gescheit. Das gibt's doch nicht. Der immerwährenden Suche. Kommt denn hier wer? Oh, hier sind Löcher. Ja. Hör du hier. Und dauernd jemanden latschen. Oh. Wow. Ich seh hier gerade voll wieder einen Bug. Ähm. Und seh ganzen verzweigten Höhlen, die es hier so gibt. Hm. Ist das denn bitte direkt überlauf? Ist da auch ein Dungeon? Ach. Das war der Laborblock. Okay. Ich bin jetzt aber gerade etwas verwirrt. Weil? Ja, weil irgendwie meine Laborblöcke alle weg sind. Ähm. Hast du die überhaupt mitgenommen? Nee, nee. Ja. Ähm. Nee, nee. Ja. Mhm. Merkste, ne? Ah, Skelett. Ich brauche Kier. Ich komme hier völlig durcheinander. Ach, die schweben da oben rum. Deswegen finde ich die nicht. Hallo, lass mich mal hier durch. So, jetzt sind sie wieder da. Genau. Lass mich arzt. Ich bin durch. Genau. Ja, das verwirrt immer noch so ein bisschen, wenn die so durch die Luft schweben. Na, Luft ist ja hier nicht. Durchs Vakuum. Ist nicht. durch die geringe Anziehungskraft des Mondes. Ah, da ist ein Mitch. Uh. Ese? Nein. Let me to the meteor. Oh, um Gottes Willen. Oh. Käse. Ich hab Käse. Oh. Dann find bitte auch noch Mimi Schiete. Gibt's das hier auf dem Mond? Nee. Ich glaube nicht. Dann muss jemand zurück. Es muss sowieso jemand zurück. Wir müssen uns ausrufen. Ich möchte nicht. Ich auch nicht. Dann Melanie. Komm ich hier nicht mehr aus dem Loch raus, scheiß. Naja, wenn dann halt außerhalb der Aufnahme. Ja. Nein. Ich bin jetzt. Vielleicht sind die Leute. Die Aufnahme ist jetzt im Prinzip eh froh. Ja, die wir zu gucken sind wahrscheinlich schon. Aber ich wollte halt. Der Langwald, weil du baust. Ja. Aber. Die kannst du. Ach, hast du mich auch noch verbaut? Ich wollte doch wenigstens mal so ein bisschen... Oh, voll das Echo kam. Ja, das hab ich auch gehört. Okay. Ich nicht. Ja, das bist du ja auch immer. Doch. Und jetzt hab ich schon wieder einen riesen Bug. Was ist das denn jetzt hier nur grad? Multicore. Wieso hat sich das schon wieder umgestellt? Ich versteh das nicht. Jetzt sind sie nämlich wieder weg, die Bugs. Ähm. Wenigstens so ein bisschen, äh, schon mal zeigen, wie das Modul dann aussehen könnte. Ja, meinst du nicht, die freuen sich auch beim nächsten Mal noch? Ja. Äh, sehen. Niemand freut sich. Guck. Ja, das ist generell wahrscheinlich schon richtig. Ja. Nein, ich... Wie jetzt nimmt der das? Hä, wo ist denn das Ganze? Bei dieser riesen Resonanz bei mir auf dem Kanal. Wo ist denn mein ganzes Mädchen? Was? Was? Hä? Achso, das hat der da wahrscheinlich reingezogen. Okay. Bei Manual Detect. Oh, ich hab schon Quark, was soll das denn jetzt? Zinnerz brauch ich noch. Was brauchst du für ein Erz? Zinnerz, aber das hab ich doch auch. Oh, ich wollt grad sagen, hör mal drum ein Täschchen. Aber irgendwie will er das nicht. Jetzt erstmal zur Base zurück. Weil die Folge ist nämlich jetzt auch schon längst. Ich hab 10 Erz und hier sagt ihm, ach ich brauch 10, ich hab 2, wie viel hast du? Äh, 9. Oh, wunderbar. Dann komm zurück. Dann können wir's machen. Ja, ich bin am zurückkommen sozusagen. Ich schweb blöcke. Oh. Hey. Hier. Hey. Oh. Und? Da. Hinten der Elf liegt da. Hä? Wo? Wo? Ja. Da. Oben, 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 oben. Ach da. Oh, weil der schwarz ist. Jaja. Das seh ich denn. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da oben drauf liegt er. Okay. Uff. Uff. Oh, mein Sauerstoff. Oh, mein Sauerstoff. Oh, mein Sauerstoff. Ich werd beinahe erstickt. Also, genau, es geht alles zur Neige. Hier ist ne orangene Sauerstoffdings. Ja, genau, die hatte ich da reingelegt. Hier. So. Oh. Du ich dich durch wahrscheinlich. So ein bisschen. Ah. Nimm das schon jetzt mal so an. Und dann kannst du mir mal eben kurz die Zinn-Dinger zuwerfen. Danke. Kommst du noch auf die andere Seite? Nee, das brauch ich nicht mehr. Aber wir können jetzt einen Reward claimen. Ja, und wir können dann auch die Folge beenden. Richtig. Ja, und dann werden wir sehen, wie es dann in der nächsten Folge hier auskommt. Da werd ich bestimmt schon ein Modul dann vielleicht schon mal drangesetzt haben. Ihr Moduler hat sich schon gebraucht. Ja. Mindestens drei Spreile. Damit wir dann hier mal auch auf Entdeckungstour gehen können. Also ich. Ne? Während jemand anders, der schon viel entdeckt hat, einfach mal schnell zur Erde fliegt. Ja. Ich hab's ja auch selber gehört. Okay. Gut. Also. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. 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 poles. Tages sensations. W Buzz Gab. Titanicapi söylemon culpritments aus.